Herzlich willkommen liebe Minecraft-Freunde zu einem neuen Tutorial für mein Informations-Tutorial. Ich habe noch einige Anfragen bekommen bezüglich meines letzten Videos, was die Minecraft 1.7.10 mit den Schädern und mit den Einstellungen von Minecraft betraf. Ja, ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, gut, wenn ihr so viel fragt, 1.8, 1.8.1 habt ihr auch ohne Schädter zum Beispiel, dachte ich, okay, die Anfragen, da kommen jetzt mehr als 50, 60 Anfragen, was ich denn da eingestellt hätte. Ich habe mir gedacht, ich mache dann dafür auch noch schnell ein Video, ist dann das großartige nichts weltbewegendes. Und ja, mit der Minecraft 1.8.1, mit der letzten neuesten Optifine, das könnt ihr oben sehen, oben links in der Ecke, das ist die C7 und zwar die Ultra. Aber, ja, ihr seht schon die FPS-Rate, ich gehe nochmal weg hier, damit ihr nochmal kurz die Einstellungen mit durchgehen könnt. So, was haben wir alles groß geändert? Ja, Sichtfeld auf 90, damit kann ich sehr gut spielen, manchmal habe ich es auch auf 95, das sind immer verschieden. Äh, was habe ich noch geändert? Musikgeräusche habe ich ein bisschen runtergedämpft. Ihr könnt gerne auf Pause gehen, wie gesagt, ne, wenn ihr die Einstellungen speichern möchtet bei euch, einfach Pause drücken und dann könnt ihr das ruhig soweit übernehmen, wenn ihr möchtet. So, da ist nicht viel zu ändern sonst. Der wichtigste Punkt überhaupt, damit das alles so klappt, wären für mich die Grafikeinstellung. Und zwar habe ich hier oben den Grafikmodus auf schön gestellt, habe dann dazu noch den Fog auf Pause gestellt, den Nebel, Helligkeit ganz auf hell und die GUI-Größe etwas höher, auf groß gestellt, statt auf automatisch Sichtfeld auf 12, etwas über den normalen Standard und die Bitrate, die maximale auf unbegrenzt, so dass ich nicht irgendwie sage, ich möchte nur so und so viel haben. Er macht das von bis, von Null bis irgendwann, ist ganz gut so. Dann haben wir noch, ja, viel haben wir nicht eingestellt, Details haben wir zum Beispiel, könnt ihr sehen, über die Clouds haben wir aus, die Wolken, sind eigentlich für mich nicht interessant, die Wolken. Ja, die Capes möchte ich gerne sehen, die habe ich dann hier, wie ihr seht, auf der rechten Seite eingeschaltet. Ja, so viel haben wir nicht verändert, gehen wir mal in den nächsten Punkt, die Animationen braucht man gar nicht mehr erwähnen, glaube ich, weiß jeder, sollte man alle einschalten. Dann kommen noch die drei wichtigen Punkte hier drüben, das wäre einmal der Quality, für die Qualität überhaupt, dass ihr hier sagt, okay, Clearwater will ich anhaben, besseres Gras braucht man nicht unbedingt, das Gras reicht so wie es ist. Ja, die Connect Textures, die Texturen habe ich auf Fast gestellt, was habe ich denn noch hier alles geändert, jetzt, besseren Schnee brauche ich nicht, der ist aus, ja, übernehmt das, wenn ihr möchtet und ich gehe mal zum nächsten Punkt, auf die Performance, das ist einer der wichtigen Punkte. Da haben wir dann das Fast Math auf Off gestellt, die Load-Fahrer haben wir auch auf Off, Fast-Render auf On, ich kann doch genau sagen, warum. Dadurch rendet er die Welt bei mir etwas schneller und die FPS-Rate leidet nicht darunter und ja, die Grafikkarte hat mehr Power dadurch. Macht ihr es auf Off, wird das so sein, dass ihr Standard rendet und dann dauert es eben halt länger. Smooth-Bird ausgeschaltet, Preload-Junks ausgeschaltet, dynamische Updates eingeschaltet und dieses Lazy-Junk-Loading habe ich ausgemacht, das muss bei mir nicht sein, Server-mäßig ist es auch auf Junk-Loading auf Default, auf Off. Also das waren so die Settings, die ich soweit einstelle. Habt ihr eben halt eben mit Optifine eine ganz gute Qualität, das Other können wir nochmal sehen. Haben wir das Wetter angeschaltet, ja, Vollbild haben wir auch mit an. Soweit könnt ihr das übernehmen. So, ich gehe nochmal wieder auf OK. Das waren so die Einstellungen, die im Minecraft drin sind, die man beachten kann. Ähm, ja, wenn ihr schon seht, so die FPS-Rate, die schwankt sich ein bisschen. Es kommt immer drauf an, wo man gerade steht in der Welt, ja. Und vor allen Dingen solltet ihr immer im Vollbild spielen. Ich gebe nur einen Tipp, Vollbild hat immer volle Performance, also das heißt, ihr seht die FPS-Rate, die ändert sich teils. Kommt immer drauf an, wenn ich zum Beispiel jetzt hier rüberfliege, gehe jetzt hier auf das leere Grundstück, hier steht zum Beispiel nichts drauf auf dem Grundstück. Wenn ihr mal seht, die FPS-Rate, die geht gleich in die Höhe. Wir nehmen hier mit Full HD mit Bandicam auf, mit 1080p und, ja, für eine Aufnahme so viel FPS ist schon gar nicht schlecht. Ähm, ja, falls euch das noch interessiert, was nutzt dann der Konglau HD für eine Grafikkarte? Ich habe das bereits im letzten Video schon erwähnt, dass ich eine von Nvidia habe, die GeForce GTX 970 mit 4 GB RAM und das ist die von MSI, glaube ich war das, ja. Nicht um die 365 Euro, ist zwar ein Batzen Geld, aber die ist es auch wert, weil ich hatte vorher eine R9 270X von AMD und die war in meinen Augen für Minecraft nicht so geeignet, weil sie zu wenig Performance hatte. Das heißt, die FPS-Rate war auch um die 70, 80 nur, höher ging es nicht. Und wie gesagt, jetzt haben wir die 970er drin von Nvidia als GeForce und, ja, Powerkarte, sag ich, ist nicht schlecht. Die FPS-Rate, wie gesagt, die verändert sich je nachdem, wo ihr gerade seid, auf dem Grundstück, wie viele Junks abgeloadet werden oder für die Updates von den Junks. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle, wenn ich hier warte, wird es auch ein bisschen steigen. Es ist immer verschieden, wo man gerade ist. Ja, wir können auch gerne mal hier rüberfliegen. Hier ist zum Beispiel von dem Liu Kang HD das Haus. Hat er schön gebaut, sieht gut aus. Gehe mal ein kleines Stück zurück hier. So, auf dem Grundstück seht ihr, da geht die FPS-Rate auch ein bisschen höher. Die liegt auch manchmal so zwischen 250 und manchmal auf 300 FPS. Je nachdem, wie gesagt, was auf dem Grundstück ist, wie viele Junks werden hier abgedatet. Und ja, ihr könnt gerne die Einstellung, die ich eben erklärt habe von Minecraft einmal bei euch einstellen, um zu sehen, was habt ihr für eine Performance. Da ich ja nicht, da man nicht heißt, ja, du sagst immer, du hast so viel. Zeig uns nochmal, ob das stimmt. Ihr seht es selber, Full-HD-Aufnahme und die FPS-Rate mit der GeForce GTX 970T ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Ja, mit Shader habe ich auch schon gezeigt ein Video. Das waren dann um die, ja, 30 bis 120 FPS im Schnitt. Mit Shader, selbst mit dem Zeus Preview 2. Oder der 10.2, glaube ich, war das Preview 1. Äh, ja, was kann ich noch groß sagen. Also, solltet ihr noch Fragen haben zur Minecraft-Einstellung, schaut einfach mal die Settings von mir an oder schreibt in die Kommentare, was ihr so drin habt, wo ihr die Probleme habt. Ich werde versuchen zu helfen. Zumindest beantworte ich jede Frage, die sich auch darum dreht. Und ja, wenn sonst noch Fragen sind, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video irgendwo. Zum Beispiel in Let's Play oder im nächsten Tutorial. Bis dahin, ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ja, für den Daumen hoch oder vielleicht auch ein Abo, würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Video. Sagt Kung Lao. Ciao. Bis zum nächsten Video. journal machine. investments, Vielen Dank.